Fußball Deutschland trauert um einen ganz Großen. Lange Zeit war er als Spieler insbesondere in Chemnitz aktiv, später als Trainer beim FSV Zwickau, Erzgebirge Aue und dem CFC. Er schaffte zuletzt mit dem Chemnitzer FC den Aufstieg in Liga 3, zog sich dann 2013 vom Amt des Trainers zurück. Gerd Schädlich war die Legende des Ostfußballs schlechthin. Nun, am vergangenen Samstag die Nachricht, die ganz Deutschland schockierte. Gerd Schädlich ist im Alter von 69 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die Schlagzeilen überfluteten die Nachrichten in diesen Tagen. Die Anteilnahme an Gerd Schädlichs Tod lässt nur erahnen, was für ein Spieler, Trainer und Mensch er gewesen ist. Nach seiner aktiven Laufbahn als Spieler und ersten Trainerstationen übernahm er 1991 den Trainerposten beim FSV Zwickau. Dort gelang ihm mit der Mannschaft 1994 der Aufstieg in Liga 2. Der FSV drückte am Samstag in einem Online-Post seine tiefste Trauer aus. Worte der Anteilnahme und des Dankes richtete auch der FC Erzgebirge Aue aus, bei welchem Schädlich von 1999 bis 2007 Trainer war und mit dem Team 2003 den Aufstieg in Liga 2 schaffte. Einen Nachruf sendete auch der Chemnitzer FC, welcher am gestrigen Abend auch eine Trauer- und Erinnerungsstätte vor seinem Stadion einrichtete. Anhänger legten hier Blumen nieder. Hier arbeitete Gerd Schädlich von 2008 bis 2013 als Cheftrainer und brachte die Chemnitzer 2011 von der Regionalliga in die Liga 3. Am heutigen Tage trafen wir zwei Weggefährten Schädlichs, die ein wenig in Erinnerung schwelgten und uns von ihrer Zeit mit Gerd Schädlich berichteten. Ja gut, ich kann nur sehr, sehr positive Dinge von Gerd erzählen. Er hatte mich damals 1994 nach Zwickau geholt, hat mich überredet in Zwickau nochmal in das Geschäft Bundesliga einzusteigen und muss ich wirklich sagen, nach dem Aufstieg war das relativ schnell und wir hatten dann nochmal Glück mit dem Gerd nochmal ein paar Jahre in der Bundesliga zu spielen in Zwickau. Wie hast du ihn als Mensch empfunden? Er war für mich als Mensch ganz hervorragend. Man kann gar keine Worte dafür finden. Also in vielen Dingen ein guter Freund, in manchen Dingen auch knallhart. Also wir hatten immer ein sehr gutes Verhältnis und ich muss sagen, ihm hat meine Art sehr, also ich fand es sehr, sehr gut und ich muss sagen, auch viele Spieler reden nur sehr gut von ihm. Es war ja so, dass es uns am Sonnabend die Meldung ist ja wie ein Lauffeuer umgegangen. Es gibt ihn nicht mehr, er ist verstorben, er war wohl sehr krank im Vorfeld. Was würdest du ihm jetzt noch sagen da oben? Ja gut, also ich kann nur alles Gute in Gerd wünschen und ich habe den so gut in Erinnerung, muss ich mal sagen. Also für mich ist es vollkommen irrelevant. Ich war so entsetzt über die Nachricht, aber ich muss sagen, ich behalte nur die guten Dinge vom Gerd in Erinnerung. Und ich muss sagen, auch viele Spieler in der Region werden natürlich gerade mit Aue aufgestiegen, mit dem CFC aufgestiegen, mit Zwickau aufgestiegen. Das ist schon ein ganz großes Kino. Ja, zu allerersten Mal war es natürlich eine absolute Schocknachricht, auch für mich. Dass ich mich wirklich dann auch aus der Kalten erwischt. Und ja, bin da wirklich auch traurig drüber, wie das passiert ist. Und ja, ich habe wirklich sehr, sehr viele schöne Momente mit dem Gerd erlebt. Er hat mir dann auch, als ich dann nicht mehr Spieler bei ihm war es du angeboten, was mich sehr gefreut hat. Und ja, wir hatten einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Jetzt auch danach hat er mir immer wieder auch Hilfe angeboten. Hat mir immer gesagt, wenn was ist, kann ich ihn jederzeit anrufen. Und auch als Spieler, er hat mich damals dann in Verbindung mit Manfred Kupferschmied und mit Jörg Emmerich dann aus Paderborn nach Chemnitz geholt. Und wir hatten da auch eine sehr erfolgreiche Zeit, zweieinhalb Jahre. Und eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, wenn man da jetzt auch zurückblickt, fallen einem natürlich sehr, sehr viele Geschichten ein. Jetzt rückblickend auch lustige Geschichten, die man vielleicht als Spieler dann noch gar nicht so wahrgenommen hat. Aber ich habe mich jetzt auch mit ein paar Jungs aus der damaligen Zeit unterhalten. Und er ist einfach ganz schädlich bei jedem absolut positiv in Erinnerung geblieben. Und ja, er hat meiner Meinung nach dann eine ganze Fußballgeneration oder mehrere Generationen im Fußballosten geprägt, weil einfach jeder Spieler Geschichten erzählen kann, immer was mitgenommen hat. Und ja, gerade seine ehrliche und aufrichtige Art sicherlich was, was auch noch lange Bestand haben wird, ja. Ruhe in Frieden, Gerd Schädlich. Ruhe in Frieden, Gerd Schädlich.